So geht es hier weiter. Ich bin der Rumschnacker-Vergretlich und ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe es nicht geschafft, für heute ein Video aufzunehmen. Keine Chance. Und ich werde es auch nächste Woche nicht schaffen, weil in Berlin das Rum-Festival ist. German Rum-Festival und ich vor Ort sein werde. In der übrigen Zeit bleibt mir nicht genug übrig davon, um ein neues Video zu produzieren, ein weiteres Video zu produzieren. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht für dich. Ich möchte dich fragen, was brennt dir unter den Nägeln vom German Rum-Festival? Was willst du wissen? Was hat dich schon immer interessiert? Wo bist du ganz neugierig drauf? Also stell mir hier Fragen und ich sage dir, jede einzelne Frage werde ich versuchen, nachzukommen und auf dem German Rum-Festival in Erfahrung zu bringen für dich. Und dann natürlich in einem ganzen Video hier zu präsentieren. Ich danke dir für dein Verständnis. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und denk dran, Fragen stellen. Bis zum nächsten Mal.